Dieser wunderschöne Ford B-Max Titanium mit Automatikgetriebe könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuern garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren hinten erleichtern den Einstieg. Das PowerShift Automatikgetriebe schaltet butterweich. 16 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem B-Max schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Active City Stop, der Heizbahnfrontscheibe. Die automatische Klimaanlage sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein Navigationsgerät und eine Rückfahrkamera. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem eleganten Ford B-Max Titanium Automatik und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spass haben. Besonders die hohe Sitzposition und der leichte Einstieg mit Schiebetüren werden Sie begeistern. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Okay.